Marvin Plattenhardt Wie Sky UK berichtet, hat der FC Everton großes Interesse am sechsfachen deutschen Nationalspieler, Plattenhardt steht im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft und bestritt in der abgelaufenen Saison 33 Spiele für Hertha BSC, auch der FC Watford soll am Deutschen interessiert gewesen sein, doch der Klub verpflichtete stattdessen Adam Massina vom FC Bologna. Bis zum nächsten Mal.